Ein gottverdammter Ort ist das. Er nimmt uns alles weg, was uns liebt. Ich brauche ihn. Wir werden ihn vermissen. Wir sind ja alle hier, ne? Wir sind eine große Familie. Gott schenkt uns Leben und er nimmt uns Leben. Wie kannst du nur so ruhig bleiben? Macht das der Beruf? Hast du so viele tote Menschen in deinem Leben gesehen, dass es dir mit Papa nichts mehr ausmacht? Ich habe irgendwie komische Sachen gefunden. Nein, seine Frau, wer sind sie? Ich will wissen, was hier los ist, verdammt! Die Totenmark. Wer ist sie? Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Hier im Ort kann man niemandem trauen. Ich habe dein Geheimnis entdeckt. Wenn das öffentlich wird, dann können sie zampucken. Das Tal gehört mir. Und ich kann dir machen, was ich will. Was ist das für ein Symbol? Es wird jetzt Wittung. Die Totenfrau. Immer wenn irgendwas passiert, ist sie gleich ums Eck. Jetzt gibt es keinen Tod mehr. Wie viele Mädchen waren das? Werden einem eigentlich alle Sünden vergeben beim Beichten? Auch die ganz schlimmen? Ja. 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 Ja.